So, Shandor ist gerade zu Hause angekommen. Im Moment ist ihm die Box noch geheurer. Die anderen benehmen sich ganz gut, halten sich ganz doll zurück, obwohl hier die Tür aufsteht zum Badezimmer. Ja, so sieht's aus, Shandor, so ist die Welt jetzt. Ui, feiner Kerl, fein. Du kannst dich mal ein bisschen umdrehen, es gibt auch gleich was zu essen, was netteres zum Lieben. Eins nach dem anderen, wer kommt denn da? Das Harrenble. Hallo? Gar nicht so lang hier. Schau mal, hast du ein bisschen Angst gehabt? Brauchst du nicht, Shandor. Ihr wisst, alles gut. Niemand tut dem Shandor mehr was. Niemand tut dem Shandor mehr was. Alles wird jetzt gut. Jetzt lernst du ganz viel. So, dann starten wir mal, ne? So, dann starten wir mal. Und dann, dann starten wir mal, ne? Vielen Dank.